Harvats ist der einzige gute Spieler, den ich auch in einem anderen Team spielen würde. Vor solchen Teams sollte man Angst haben, ja? Angst. Es ist ein Team, das ist eigentlich auf jeder Position gut besetzt. Mit Neymar, mit Mbappé, mit Pogba, mit Kante, aber es sind halt nicht die Special Cards von denen. Ah, es gibt Abstoß, ärgerlich, Digga. Ich wollte unbedingt hier auf der Sancho-Seite bleiben. Ein bisschen Glück muss sein. Ja, endlich. Wichtig. Guter Kopfball. Jovic, mach dir das Vierte. Ja, da ist das Fünfte. Mmh. 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 Ja, gerade nach der Sancho-Seite. Du, zuhörst du den Köpen. físber, ta Hand flücht. Mit Schöne. Ich bin博 gadgets,izersberg. Ich habe auch auf den Schal bermände. Bitte THAT bedeutet, sich hier in der Sancho-Seite basisieren. Gegner spielt Gegenpressing. Wenn wir aus der Linie rauskommen, wie jetzt, und das Ding hier gut spielen und Reus. Ja, Mann! Nein. Ich versuche, ein Tor zu machen gegen einen Gegner, der nicht spielt. Was ist das denn? Ja, nach dem Kopfball, Platz 41, das sollte allemal reichen. Aber ich will nochmal das Skillwert anschauen. Ja, Top 100 ist normalerweise safe. Aber jetzt haben wir noch ein Spiel. Ich versuche, ein Tor zu machen. Vielen Dank. Wir haben schon zwei, drei riesen Chancen, Mann. Wir haben schon zwei, drei riesen Chancen. 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 Der Neymar ist nicht aufzuhalten, aber sehr wichtig vom Keeper hier. Wir haben schon zwei, drei riesen Chancen. Werner ist in einem neuen Spiel. Werner... Na, grün nicht, Elfmeter. Oder Freistoß. Freistoß. So, Reus hat eben schon einen reingehauen, der ist aber raus. Deswegen machen wir es mal kurz. Schade. Er hat einfach gegrätscht stattdessen, damit der Schiri abgreift. 30-0 mit einem Bundesliga-Team. Platz 16 mit 30-0. Donnerstag natürlich den Stream dann, den Pack-Opening, das Pack-Opening nicht verpassen, Jungs. Hier 38 Spiele habe ich jetzt mit der Bundesliga-Mannschaft gemacht. Und Jungs, ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich habe alle 38 Spiele gewonnen.